Die Erde erhalten, das setzt eine aktive Umwelt- und Klimaschutzpolitik auf globaler Ebene voraus. Energy Cities Präsident, Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckhard Witzner blickt auf die Umsetzung der Klimaziele in Heidelberg. Ja, das Thema Klimaschutz ist für die ganze Welt natürlich das zentrale Thema. Und wir müssen alle gemeinsam hier noch größere Anstrengungen unternehmen, um klimaneutral zu werden. Wir haben schon 50 Prozent des gesamten Stadtgebietes auf grüne Fernwärme umgestellt, beziehen 100 Prozent Ökostrom, aber es reicht nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in Zukunft noch mehr in Richtung umweltfreundliche Mobilität gehen, dass wir noch mehr auch in große Anlagen im Bereich der Solarnutzung, der Windkraftnutzung gehen. Und das möchte ich gerne auch mit einer neuen Firma Trianel realisieren. Wir machen das schon, müssen das aber noch weiter ausbauen, damit wir wirklich auch in die Megawattstunde kommen, um fossilfrei in die Zukunft zu kommen. doesn't matter haar. Untertitelung des ZDF, 2020